Kein einfaches Blut für die Kräler und die Feuer. Keine Worte, viel Geschmack. Wir wollen, dass wir uns nicht gehen. Es gibt hier, glaube ich, keine der ewigen Damenströcke. Es gibt alle die Damen. Das hat sich verdient. Und die Nummer 5 von Öffentlichen wird fertig in der 10.6. Markus Geil will 9,3,9,2,3,3,1,7,3 Ringe. Gibt es zum Knacken für die Gehleimer? Und Russer, für die Ohren lässt sich nicht beeindrucken. Vier mal die Zehn, dann sehen wir aus, dann nimm ich mal an mit der Zollteinspiele. Nein, weiß ich noch nicht. Da wurde eine andere Scheibe eingedrättet. So schnell wäre es auch gerade ein Spiel für. Aber dann muss man Schluss, dann so schnell. Aber jetzt habt ihr geklaut! Sieht, wo der Kostoratio? Vier mal ein, hundert Menge! Das ist wirklich der Klasse! Das ist der Klasse! Die Beine waren hier. Soll der Feiglinder schießt jetzt! Wir sind auf dem Netzhälter heute. Wer von Zeit auf fünf Minuten ist, zu heute in den Kärlek! Ja, weil nach 400, dann muss man schon mal respektvoll hier aus dem Fektorenbereich. Da war noch länger. Einen Gegner, vielleicht hat es immer noch nicht gemein! Der letzte Schluss vom Kastikappen bringt den Punkt für Teele. Auch so ist der Nummer 5, der Nummer 9 und der Nummer 92 auf der 6 gewinnt. Der 344 zu 343, den Punkt der Teele haben gewünscht, auch er hat.